Hey Leute, RetroJoe ist wieder am Start und heute nicht alleine. Meine wunderschöne Frau hat sich bereit erklärt, mit mir eine Runde Overcooked zu spielen. Was Overcooked ist und warum Overcooked Singleplayer scheiße, aber Multiplayer voll geil ist, das seht ihr nach dem Intro. Und da sind wir auch schon wieder. Es geht direkt rein in die Action. Welt 1, Level 5. Ich bin der im Rollstuhl sitzende Waschbär. Und ich bin die Katze. Die Katze. Ja, man kann nämlich verschiedene Köche hier freispielen. Und dann geht es auch schon los. Bei Overcooked ist Teamwork extrem wichtig. Also im Singleplayer muss man halt zwischen beiden Figuren hin und her wechseln. Man hat immer zwei Köche. Das macht echt keinen Spaß. Aber im Multiplayer, gerade wenn man sich abends vielleicht ein Glas Whisky gegönnt hat oder so, macht das richtig Gaudi. Genau, das Ding war das. Und man muss sich halt koordinieren. Ich bringe Zeug. Was müssen wir? Wir müssen genau. Du hackst, ich bringe Zeug. Und wir müssen hier gucken, dass wir die Zutaten entsprechend hier, ne? Genau. Hacken in den Topf rein, kochen, es auf den Teller legen, den Teller wegbringen, den dreckigen Teller wieder waschen und so weiter. Und ist das nicht auch das Level, wo irgendwann Ratten kommen und uns das Zeug klauen? Nee. Ist noch nicht fertig. Ich kümmere mich da drum. Du musst hacken. Okay, ja, ich hacke. Ich hacke. Hack, Weib, hack! So, erstes Ding ist fertig. Als zweites gibt es Tomatensuppe. Und dann als drittes müssen Zwiebeln ran. Ich bringe dir die Zwiebeln und du kümmerst dich da drum. Ich kümmere mich um alles andere. Da ist ein dreckiger Teller, den muss ich jetzt direkt spülen. Zack. Wenn man das jetzt so sieht und sich dann vorstellt, dass man immer wieder hin und her switchen muss, dann kann man sich schon vorstellen, dass es nicht so cool ist. Das ist echt, macht keinen Bock. Überhaupt nicht. So, ich sammle die Zwiebeln ein und schmeiß sie in den Pot. Mach hin jetzt. Lauf nie in dieselbe Richtung wie so. Und schon haben wir unseren Standardablauf ruiniert. Ich bringe dir einen Topf hier rüber. Das ist mir zu langsam. Tut mir leid. Also man kann in jedem Level irgendwie drei Sterne freischalten oder so. Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel. Das ist ein Champignon. Yeah! Und dann bricht halt Hektik aus. Ich bringe dir direkt mal Tomaten. Ja. Ich stelle schon mal auf den Herd. Du kümmerst dich dann um den Topf, wenn es fertig ist. Ich kümmer mich um den Topf, ja. Da sind deine Tomaten. Dreckige Teller. Ja, ich bin schon dabei. Fack, zack, 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 zack. Ja, 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 ja. Kannst du vielleicht meinen Tarnnamen benutzen und nicht meinen Familiennamen. Aber das ist egal. Jeder, der mir auf Facebook folgt, weiß, wie ich vollständig heiße. Von daher ist das halb so wild. Hier ist mein Topf. Da Tomate rein. Ich hole mir meine Zwiebeln. Ich hole dir mal Zwiebeln. Wie im echten Leben kriege ich meine Aufgaben in der Küche nicht so erledigt, wie ich es sollte. Dafür mache ich das Geschirr sauber. Ja, genau. Das ist ja auch was wert. Du musst nicht drücken, um zu hacken. Du kannst gedrückt halten. Der hackt da genauso schnell. Wusstest du das nicht? Nee. Die ganze Zeit nicht? Nee, ich drücke die ganze Zeit. Ich tue es immer noch. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen, ne? Die Zwiebelsuppe wird nicht mehr reichen. Die Zeit ist abgelaufen. Egal, ich hacke weiter. Hack weiter. Die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Wir haben über eine Minute noch. Nein, oben die Zeit für die Zwiebelsuppe. Ach so. Oh, es könnte noch, es könnte noch, es könnte noch. Oh, schick das. Puh! Gerade noch geklappt. Ich weiß aber nicht, ob das für die Tomate noch... Nee, wir haben... Pilze haben wir jetzt übergangen. Deswegen brauchen wir jetzt als nächstes zweimal Tomatensuppe. So, eine kocht. Doch noch eine Tomate. Ja, ich muss erst... Ich bringe dir gleich eine... Ich hole sie mir selbst. Nein, hack doch... Achso, du hast schon... Ich hab schon alles gehackt. Ich warte. Ich bring dir... Was brauchen wir denn jetzt? Teller. Die hab ich auch. Du musst nichts mehr bringen. Das sind nur auf 30 Sekunden. Ja, aber... Wir schaffen das nicht mehr. Sie sagt, wir schaffen es nicht mehr. Geh weg! Geh weg! Steh da nicht rum! Ich geh mal Teller waschen. Ja, aber wenn nichts auf dem Herd, Du brauchst keine Teller waschen. Wir hätten es noch hacken sollen! So läuft es dann ab. Und jetzt rennen wir auch noch in den Weg. Ja, Tomatensuppe, 6 Euro Trinkgeld. Oder 6 Euro was auch immer. Wir haben 160 Punkte. Ich glaube, das reicht. Ich muss mal ein bisschen um die Ecke gucken. Ich glaube, das reicht. 150? Wieso nur noch 150? Wenn wir Abzug kriegen, wenn wir was nicht liefern. Ach. Ist ja auch noch nie aufgefallen, ne? Wir waren mal besser. Wir waren mal besser. Wir waren mal als Stars. Die Karriere ist vorbei. Das ist ein altes deutsches Hip-Hop-Lied. Muss keiner von euch kennen. Ich weiß, ihr seid alle im Schnitt 20 Jahre jünger als ich. Ach, gut. Außer denen, die auch YouTube machen. Die sind genauso alt. Was ist das denn hier? Die Zwiebelkammer. Haben wir das schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Es ist ja jetzt wieder King Onion am Start. Es gibt auch eine Story. Und zwar müssen wir das Zwiebelkönigreich von King Onion vor dem fliegenden Spaghetti-Monster quasi bewahren. Ja, genau. Hier ist King Onion und sein Köter. Das sagt King Onion. Seid gegrüßt, meine kleinen Freunde. Wir schreiben jetzt das Jahr 1995. Es ist zwei Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Eure Reise kommt gut dran. Ihr werdet allerdings an eurer Zusammenarbeit arbeiten müssen. Wenn ihr euch den Herausforderungen stellen wollt, die ihr euch vorstellen, reist gen Osten, wo ich mehr Küchen erwarte. Und nun geht, meine Freunde. Wir suchen jetzt mal ein Level, wo man nicht nur Suppe kochen muss, sondern vielleicht auch mal einen Burger braten muss. Das sind die einzigen beiden Unterschiede, die ich bisher festgestellt habe. Suppen und Burger. Es gab doch auch ein Level, wo sich geteilt hat. Wo dann der eine im Auto war und der andere... Hier ist Burger. Wir braten jetzt Burger. Burger ist nämlich noch ein bisschen komplexer. Weil bei Burgern hat man nämlich mit deutlich mehr Zutaten zu tun. Du musst nicht immer dreimal den gleichen. Du brauchst nämlich ein Brötchen, du brauchst Fleisch. Und dann entweder noch Tomaten oder Salat oder beides. Und den Burger musst du aber erstmal noch in die Pfanne hauen. Kennen wir. So, stellst du mir... Der Burger muss man nicht in die Pfanne hauen. Doch, natürlich. Stellst du mir eine Pfanne hier hin. Achso, du meinst das Brötchen. Nein, nein. Du musst erst schneiden. Oh, muss ich das Burgerfleisch auch erst hacken? Das habe ich vergessen. Das wusste ich nicht mehr. So. Ich tue schon mal Bredler auf die Däner. Achso, so. Einmal Fleisch auf der Pfanne. Weg. Der nächste will auch nur einen ganz normalen Burger. Stellst du mir eine Pfanne hier hin? Stell mir mal die anderen zwei Pfannen noch da hin. Oder ich nehme jetzt eigentlich nicht. Und man steht sich halt auf dem Weg. Immer. Das gehört quasi dazu. So, ich hacke Salat und Tomaten. Der eine Burger ist fertig. Den kannst du rausbringen. Ich. Du musst ihn schnell auf den Brötchen legen. So, Tomaten. Hack. So, auf beiden sitzt Fleisch. So, den kannst du auf... Salat. Brauche ich nur auf einen, ne? Dann kann ich schon... Nein, nein. Den musst du noch ohne. Ja. Ja, aber einen kann ich ja mit Salat. Einer mit Salat, genau. Ich stelle den mal auf den Kert. Das hier ist schon deutlich... Man braucht schon deutlich mehr... Gedöns. Wie heißt das? Koordination. Ich finde, Gedöns ist ein tolles Wort. Ja, da muss noch ein Brötchen hin, sonst hast du gleich nur so einen Low-Carb-Burger. Low-Carb-Burger geht gar nicht, Leute. Also, Eimerfleisch ist fertig. So, der nächste braucht auch wieder... Ich baue hier schon mal zusammen Brötchen. Da liegt einmal Fleischkanzel auf den... Der eine ist auch fertig. Und Tomaten braucht der. Ihr hört jetzt im Hintergrund noch die hektische Musik, die ist uns beiden jetzt gerade erspart. Weil wenn ich nämlich jetzt noch Sound über den Fernseher laufen haben würde, dann würdet ihr den im Hintergrund noch mithören. Das braucht keiner. Das machst du. Ich versuche einfach weiterzukommen. Ich versuche einfach weiterzukommen. Hier unten liegt auch nur ein Brötchen. Ah geil, den kann ich schon servieren. Das ist vergessen, ab zu waschen. Ich habe nicht vergessen, ab zu waschen. Ich habe es einfach nur nicht getan. Ja, überall schon mal Brötchen drauf. Brötchen brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe noch ein Brötchen. Der brennt gleich ab. Ja, geh weg. Der ist auch soweit. Ich hacke schon mal Salat. Jetzt habe ich hier die Pfanne in der Hand. Ich hacke Salat. Ja, hack du Salat. Ich hacke Fleisch. Damit wieder einer auf den Herd kann. Der ist fertig mit Salat. Ja. Tomate brauchen wir noch. Schmeiß die mal auf den da. Ja, ist schon zu spät. Oder? Nein, nein, alles gut. Aber der braucht jetzt noch Salat. Was ist denn eigentlich mit dem? Salat, Salat, Salat. Ja, ja. Was ist denn eigentlich hier mit dem Ding da? Ist das Müll? Das ist Mülleimer, falls du die falsche Zutat rausholst. Aha. Das kommt ja auch ab und zu mal vor. Zieht das was ab? Ich habe es gerade gemacht. Nein. Okay. Höchste Konzentration an der Stelle, wie ihr seht. Ich bring mal Pfannen. Die kannst du dann bitte mit FLI-Spur-Stücken. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir sind hier gerade eine gut eingeölte Maschine sozusagen. Mega. Ist es das weggeschmissen? Ja, ich habe ein Brötchen rausgeholt, aber ich brauche kein Brötchen. 30 Sekunden. Ich bleibe mal beim Fleisch. Mach du was zu tun musst. Hier, Tomate, nee, Tomate brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Fleisch. Ja, da muss noch ein Teller drunter. Oh, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Ich stelle den mal direkt hier. Ja, ja, weil sonst rennen wir beide nämlich gleich. Ich nehme den rechten dann gleich. Dann geh weg. Nein, geh. Ah, ich habe das Fleisch mit dem Leben. Das ist die Hektik. Weg mit der Pfanne, raus mit dem... Okay, schafft. Ich glaube, das ist Highscore. Die Zeit ist abgelaufen. Nee. Nee, Rekord für 312. Aber das war schon mal nicht schlecht, Leute. Ich glaube, das soll auch erst mal reichen, um euch einen Überblick zu geben über die fantastische Hektik, die Overcooked so mit sich bringt. Wir lieben das Spiel. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Den haben wir allerdings noch nicht gespielt. Wenn ich den irgendwo mal... Den gibt es, glaube ich, zu 85 Prozent bin ich sicher auch physisch. Wenn ich das irgendwann mal bei Mediamarkt oder so vielleicht für 10, 15 Euro sehe, dann wird Overcooked 2 auch gekauft, ne? Ja. Ne? So, das war es von uns. Team Retro Joe sagt Bye-Bye. Tschüss.